Wusstet ihr, dass man Lauchzwiebeln einfach wieder nachwachsen lassen kann? Dafür einfach beim nächsten Mal kochen, die unteren Enden nicht wegwerfen, sondern in ein Glas mit Wasser stellen. Und jetzt heißt es einfach nur noch abwarten und das Wasser jeden Tag wechseln. Schon circa nach einer Woche habt ihr dann einfach neue Lauchzwiebeln.